ARD Text im Auftrag von Funk Alles klar, Männer? Wieder oben, Mrs. Alter, gab's keine Wohnung mit Fahrstuhl? Stell dich an, du Spritzkuchen! Hi! Hi! Ihr seid bestimmt die Neuen, oder? Ich bin übrigens Bülent. Kann ich irgendwie helfen? Nein. Okay. Nun sieht's ich. Was ist denn das für ein warmer Brunas? Zumindest muss ich im Winter nicht heizen. So, endlich wieder Single. Prost! Jo, hör mal, deine Ex-Modelsie. Absturz, Alter, mal gerne. Hallo, Nachbarin! Hör mal, sind deine Eltern Terroristen? Du bist ja scharf wie eine Bombe! Ey, was für Spacken sind gerade nebenan angekommen. Ah! Ey! Ah! Fuck! Wo bist du denn? Woah, woah! What the dessert? Alter, wo ist mein Notfallpaket? Mein Notfallpaket? Mich hat gerade eine Biene gestochen! In welchem Karton? Die sehen alle gleich aus! Aussaugen! Ich kann mir das Gifte nicht selber aussaugen! Ich bin doch kein scheiß Schlangenmensch! Ich hab das scheiß wie genau den... Aussaugen! Geil. Wohnt hier nicht, ähm... Meine kleine rote Schwester? Die kann grad nicht. Aber zuhörst jetzt vielleicht total bescheuert, aber ich hab eine Allergie gegen Bienenstiche und ich hatte gerade eine gestochen. Kannst du mir das Gift aussaugen vielleicht? Wirklich, ich bekomm es aus. Na, 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 na. Hey, 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 hey! Schau doch gut! Na, 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 na. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wo soll ich, wo soll ich saugen, ja? Würdest du dich nicht mehr arschen? Hier ist ein Einstich. Okay, okay, okay. Ach, komm, das ist jetzt nicht euer Ernst! Das ist jetzt nicht, wonach es aussieht. Jetzt habe ich aber einen gut.